Musik Rund um den Edersee fehlen gastronomische Angebote, besonders für die Verbeegung von Gruppen. Diese Lücke hat das Maislabyrinth Edersee in Basdorf mit der Knorrreichenhütte nun geschlossen. Entstanden ist ein Gebäude in der für die Region typischen Fachwerkoptik. Das neue Angebot ermöglicht es dem Maislabyrinth nun, die Saison zu verlängern. Der Besuch ist unabhängig von einem kostenpflichtigen Besuch im Maislabyrinth. Das Gebäude wurde überwiegend in Holzständerbauweise errichtet. Der Zugang ist barrierefrei gestaltet. Die Speisen werden überwiegend aus regionalen Erzeugnissen wie zum Beispiel Wurst vom Hutwaldschwein, Käse vom Dülfershof, Brotaufstriche von Baranek und Egert und Apfelsaft von eigenen Äpfeln hergestellt. Auch im Bauernladen werden nur Erzeugnisse aus der Region verkauft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020